Ich weiß nicht, was da unten ist, aber einen Applaus für Timo würde ich sagen. Nicht nur den ganzen Abend, sondern großartig. Gestern war ich auf dem Tlo in einer öffentlichen Bedürfnisanstalt und ich musste drehen, doch es war Wäsche. Ich schluss an die Tür, hey, wer scheiß da so lange, komm endlich raus und die Tür geht auf und es sagt, naja, zu mir. Mein Sohn, weißt du überhaupt, wer ich will? Ich will go! Und ich komme auf die Erde und ich gebe euch alle eure Sünden. Halle, Blut, ja! Hey, schau dich zu ihm, weißt du, was lieber kommt? Ich vergeb' dir nicht! 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 Halleluja! 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 HELLLEGEN, JOURNAL! Halleluja! 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 Halleluja, JOURNAL! Halleluja, JOURNAL! Halleluja, JOURNAL! Ich bin fast, wo immer noch ein paaribre. Applaus